Energie aus erneuerbaren Ressourcen ist nicht immer beliebig verfügbar. Damit die Produktion aufgrund des Wetters nicht hoch- und runtergefahren werden muss, wird der Energieträger mit dem Wetter gewechselt. Der bivalente Tegelofen ermöglicht einen dynamischen Wechsel zwischen den Energieträgern Strom und Gas, ohne den Produktionsprozess zu unterbrechen. Der bivalente Ofen kann flexibel auf Schwankungen im Stromnetz reagieren. Bei Strommangel kann er mit Gas betrieben werden und bei Stromüberschuss auf den elektrischen Betrieb umschalten. Sie wollen Ihre Produktion ebenfalls bivalent und nachhaltig gestalten? Kontaktieren Sie uns!